Hey Dudes, herzlich willkommen hier zum Hinspiel der Europa Champions League, wohl ich gerade sagen habe, es ist ja die Europa League, die Europa League, weil wir ja nach dem direkten Aufstieg uns natürlich nicht für die Champions League qualifizieren konnten, spielen wir aber immerhin in der Europa League, was natürlich auch unrealistisch ist, aber wir sind hier in der Europa League, der zweitbesten Liga der Welt und dürfen gegen AC Florenz spielen, zu Hause das Hinspiel, und unter eigener Kulisse hoffe ich, dass wir da mal richtig was reißen können, richtig was reißen können, gut, vor allen Dingen jubeln die Fans dann auch mal, wenn Tore geschossen werden, das ist ja auch wichtig, sonst wenn die immer so ganz ruhig sind oder pfeifen noch am besten, Das ist da, Michi Klaus mal wieder im Feld, schon habe ich nicht mehr gesehen hier Was? Da wurde um die Pille gekämpft, aber... Das hat nicht gereicht Es hat einfach nicht gereicht Komm, Geran! Geran, nimm ihn dir! Aaaaah! So schön, Chirac. Auf Sibbe, Bendix auch dabei. Und der sieht da um den Deathhunter, aber der kann sich nicht durchsetzen. Habe ich aber probiert mit R2, so ein bisschen da. Oh, oh. Ah, Mann. Super. Gogo, Gaggetto, Otaldo. Schwacher Fuß, schlecht geschossen. Michi, das muss besser werden, du. Das muss besser werden. Die Bank guckt ganz gespannt. Hm, das ist aber interessant, was da passiert. Ist ein bisschen unbeholfen aus der Schuss, ne? Ja, ein bisschen. So nach Beinamputation. Ja, die stehen aber sehr kompakt, also, das wird nicht einfach werden, denke ich. Ja, vor allem, wenn wir uns gegenseitig hier auf den Füßen stehen. Ah, muss man nicht pfeifen, Chiri. Ja, ich kann nicht weg. Ich war direkt hinter dir schon. Dambu gar nicht im Spiel hier, ne? Ne, du bist das, du bist das, du bist das. Ne, heute ist Dambu auf der Bank. War gestern zu lange unterwegs. Oh, da hat er mich gefragt. Ja, es gab da noch ne, ähm, ne Playmate-Feier, weißt du? Äh. Er hat nämlich da wieder ein paar kennengelernt, ne Playmates. Und, äh, wurde einfach mal in die, äh, Villa von Hugh Hefner eingeladen. Ja, klar, weiß ja, klar. Na, das ist ja okay, pfff. Nimm mal mit, ne, nimm mal mit. Die Party nehm ich mal mit, also, sonst, pfff. Irgendwas muss ich auch nach meinem Fußball, nach meiner Fußball-Karriere irgendwie machen. Und, da hätte ich gedacht, vielleicht Pornos. Gleich. Äh, das, juhu, grüte. Sehr gut aufgepasst vom Torwart. Verholt ihr den? Ah, ne, schade. Komm, komm, komm. Niii, das da. Boah, der fängt da ab, ey. Ich wollte den nämlich direkt weiterleiten in die Mitte. Jens, ach Jens, der ist ja auch noch dabei. Jens, tragt. Ah, okay. Alles sauber, sagt er. Shiri sagt, ist alles gut. Talo ziemlich definierend. Pässe kommen noch nicht so präzise, wie sie kommen könnten. Holt B, und Death Hunter am Jagen. Oh, Jirac, was machst du? Junge, geh ins Tor. Geh ins Tor. Meine Güte. Wow. Nein. Oh, Mann. Ich glaube, waren wir alle überrascht, weil wir nicht wussten, wo der hingeht. Das hat ja keiner gewusst. Wunderbar. Boah, schade. Sicher spielen. Oh. Alter. Oh. Mann, Mann, Mann. Jetzt ist hier Pepp im Schwier. Es geht hier von links nach rechts. Da war echt Gewusel. Gewusel-Dusel. Spannendes Spiel. 40 Minuten gespielt. Das kam mir noch gar nicht hervor. So ein Krimi. Hauptsache, man kriegt ja nicht so ein Gammel-Ding. Oh. So ein Gammel. Uh. Wunderbar. Stissen. Boah. Da kann er. 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 Schön gespielt. Aber schlecht geschossen. Erst dachte ich, ich nehme ihn an. Aber dann sah ich, dass mein Gegenspiel hinter mir auch schon im An-Modus reagierte. Und er war im An-Modus. Genau. Er wurde aktiviert. Und dann. 5 zu 0 Torschüsse. Das ist auch viel aussagend. Oh. Schön ist da. Nein. Zu weit vorgelegt. Ich habe dann doch R2 gedrückt, weil ich dachte, er nimmt die mir die Pille da ab. Aber, hätte ich glaube ich gar nicht machen brauchen. Halt mal. Obwohl, also selbst wenn die keinen Schuss gehabt haben, fand ich trotzdem, die haben stark gespielt. Also, die Chancen waren auf unserer Seite. Aber wir haben auch nur 5 Schüsse. Ja. Und die sind 0. Also. So einiges drin. Das ist ein sehr robustes Spiel. Dann riecht es doch immer irgendwo, wo der Ball hingehen könnte. Dann ist es dann trotzdem nicht da. Ich bin ja Tiki Taka auf engstem Raum. Oben. Mittel. Sehr gut. Ja. Ja. Doch ey. Warum hält die Pille denn nicht fest? Wenn der schon rauskommt. Das ist richtig doof ey. Lalalala. Er ist richtig schnell und dann. Ach. Na ja. Ist noch Zeit. Da freut er sich auch noch. Hast du gesehen? Und jetzt nicht noch ein gammel Ding. Raus mit der Pille. Schuss verhindern. Wollte weiterleiten direkt. Sehr schön. Huch. Wofür er denn? Sehr gut gesehen. Ah. Gut. Michi. Ah. Ah. Direkt in Torhüters Händel. Es muss doch hier was gehen. Pizarro. Ah. Dieser kleine Schweinehund. Oh. Hätte sogar noch ablegen können ey. Zwei Leute sind wirklich noch mitgegangen. Alter Schwede. Das war natürlich. Wie man das macht ne. Ah. Da kannst du natürlich nicht faulen. Drei. 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 Ja hab ich auch gesagt. Ja ich dachte insgesamt. Mit ihm waren zwei. Hätte noch ablegen können da waren zwei da vorne. Super Sibbe. Ganz stark. Jetzt ruggeln hier. Ah. Das war kein Problem. Der hat Zulina auch sehr gut. Den Raum gestellt. Also, der Kapitän bleibt noch ruhig, regt sich noch nicht so auf, ganz gelassen unser Girac. Das da wird geschickt, verliert den Ball. Da wird Unterhalter langsam ein bisschen aggro, Stissen muss ranhalten, Fernandes gegen Philippe. Ah, Jungs. Ah, ist kein Problem. Scheiß. Nervös, ne? Ne, ich war auf dem falschen Knopf. Und dann wollte ich den schnell weiter drücken, dann kam ich nicht mehr hinterher. Den muss Girac haben? Ja. Ja, krieg ja den Freistoß. Und da kann man auch Geld mehr mal Geld geben, um einfach mal hier... Naja, 0-0 wäre... Si Soko, kennst du noch? Si Soko. Ich war auch mal bei euch. Ah, ne, er war bei Bremen damals. Bei Bremen. Bei unserer Saison mit Bremen. Substitution of Eight. Ist wieder dabei. Oh, der geht direkt. Oh! An den Pfosten gehauen, das Ding. Ich glaub, der hat sich nicht mal mehr berührt, oder? Der ging so durch, glaub ich. Da muss man aber mal gucken jetzt hier. Oh, nah am Tor. Und der eigene Mann! Ne, das war doch unser. Da haben alle schwarze Haare, deswegen denkst du, ne? Ja, das wäre ja auch ein nahezu unmöglicher Winkel. Alles schon gehabt. Ne Ecke hätte man vielleicht rausholen können. Das wäre vielleicht noch möglich gewesen. Scheiße, ich komm nicht weg von dir. Ja, ich hab alles im Griff. Ich hab alles im Griff. Oh, wie er den hat. Ich komm nicht weg von dir. Ich hab alles im Griff. Oh, hier hat er jetzt unten. Oh, nein! Nein! Ich stand da auch mega am Abseits, als wenn da irgendwas gewesen wäre. Ich hab den Tor aber natürlich nicht drin, ne? Er konnte durch mich durchgucken. Gleich unten. Nein! Nein! Oh, 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 oh! Was lassen wir denn hier für Chancen liegen? Nein, ich glaube, es ist Zeit für den Terminator. Ich weiß nicht, ob er auf der Auswechselbank ist. Ich glaube, der ist echt in Hawaii. Ist nicht dabei, der Damm. Ist nicht dabei, sehr gut. Die brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht. Wir schaffen es auch so nicht. Brauchen den Damm. Ah, ja, 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 ja. Wir schauen über Chancen. Das wird doch nicht etwa doch noch bestraft am Ende. Chancen über Chancen. Chancen über Chancen. Jazzi, Knibbel. Knubbel, Jazzi. Man ist dran, man ist dran. Und man hat ihn nur nicht. Da wird er nervös, da wird er nervös. Ne, ich wollte ihn nach oben spielen. Da, wo das Star steht. Und jetzt nur noch mit hohen Bällen hier versuchen sie, das Spiel zu bestimmen. Warum denn nicht einer? Warum wählt er den dann weg auf einmal, ey? Wie ätzend. Schön. Ich wollte nicht gleich spielen. Ich sah zwar, dass du gelaufen bist, aber das wäre, glaube ich, zu früh gewesen. Da ist er unser Star. Das ist ein ganz wichtiges Ding, ganz wichtiges Ding. In einer psychologisch wichtigen Situation. Ich glaube, Florence ist so langsam gekommen. Man hat es auch gesehen, ihn früher auf den Ball. Der gut gleich abgezogen hat, ihn an ihm die Pille weg damit. Achtung, Achtung, eine Durchsorge. Also, den Ball hat er sich gut erhobert. Den Ball hat er sich gut erhobert, aber dann hat er natürlich verkackt. Oh nein, nicht schon wieder. Alles gut, alles gut, alles gut. Er muss spielen, er muss. Super Keeper. Super Keeper. Warum? Nicht. Ist gerade so früh. Doch, keine Ahnung. Juhu. Hinspiel 1-0 gewonnen ist jetzt nicht so das Mega-Ergebnis. Aber. Zuhause sind wir sauber geblieben, ne? Zuhause sind wir sauber geblieben. Das ist ja schon mal echt ein ganz großes Ding. Ich finde, die Statistik war sehr interessant. Ja. Besonders hier, der Star ist natürlich... Man of the Match. Also, wie viele Tore hat er geschossen? Eins. Aber die Spieltage davor hat er sich auch schon mal ganz gut gezeigt. Also, ich glaube, der entwickelt sich ganz gut. Und der Star. Ja, jetzt, wo die Saison zu Ende ist. Jetzt zum Schluss. Ist die Frage, ob unsere Spieler noch leisten können, zum Ende der Saison. Aber das ist ja keine Frage, weil wir brauchen sie eh nicht mehr. Juhu. Danach werdet ihr alle verkauft. Und wir spielen... Günter Netze. Hatten wir sich alle heute Günter Netze rufen? Vor allem, weil es ja auch jeder macht. Wenn so ein Spiel gewonnen wird von irgendwelchen Stürmern, dass die dann den Trainer namen... Jogi Löw! So, Klose schießt den Turm und alle Jogi Löw! Ja, dann feiern sie ja. Ja, Sperre. Stimmt ja. So, hier, das interessiert uns ja alles nicht. Wir spielen von hinten nach vorne. So, nächstes Spiel. Im Regen. Mainz gegen KSV. Zockerdudes! Ihr gebt eure Tipps ab. Mainz zu Hause, wir auswärts. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann! Um...